Geht mal in die Zelte, da sind viele Rohrbomben. Ich hab hier nicht mal einen Eingang zum Zelte. Ey bitte, Leute. Die Kopie sind alle auf die Bühne. Du bist selten. Da kriegt das jetzt kaum, ich denke. Oh nein. Sorry. Ich hab noch einen. Was ist jetzt die Bombe? Warum schmeißt ihr die Rohrbomben, wenn keiner da ist? Statt mal welche aufzubewahren und mal ein paar... Ja, Leute, guckt doch mal hierher, hier sind 500 Dinger drin. Ich hab noch einen tollen Pfeifer. Jockey. Jawoll. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, ich geh weiter, weil ich hab nicht so... Wo? Ist da hinten aufm Auto. Wo war's da hinten auch noch? Geht mit dem Ratter, wir sehen doch nicht mehr an. Darf auch mal down gehen. Wer hat das schon down? Irgendwo? Irgendwie... Der ist weggepackt. Medik, du hängst jetzt grad gut, ey. Ja, ne, ich häng nicht, ich hab nur einen HP. Ja, du hängst. Ich häng nicht, Mann. Du hängst. Du hängst, du hast n... Dinges. Das linke Fuß eiert, das rechte schleift. Hoffi steht schon wieder. Hoffi... Du hängst. Du hängst. Du hängst. Was ich grad irgendwie nicht gut finde. Du hängst. Du hängst. Du hängst. Nick geht auch noch rein. Ja, der kann's jetzt auch machen. Ja, leider wirst du uns nicht mehr zurück ins Spiel schaffen. Deswegen können wir gleich ja... Würdet ihr jetzt endlich bitte reinkommen? Ich könnte ihn doch töten. Komm hierhin jetzt. So, das war wieder ein Let's Play mit meinem zum Teil Gast. Gast Hoffi. Ja, tut mir leid. Ade. Sky. Viel Spaß noch beim nächsten Let's Play. Und Medic. Yay. Schön, tja, noch. Abonniert meinen Channel. Bye, bye.